Hallo. Zu einer neuen Folge Tower Unite wir euch begrüßen. Hallo. Wenn ihr euch fragt, wie die nächste Episode aussieht, so. Seinen Trailer. Voll furchtbar ein Fall. Ich find das gut. Mach ich eigentlich irgendwelche Geräusche bei meinem Droiden, ne? Leider nicht. Das wär natürlich noch geiler. Leider nicht, ey. Schade. So, was haben wir denn heute vor? Sex? What? So war das jetzt nicht klar. Hä, was ist das denn? Kann ich eigentlich... Hey, Curry. Hey, Curry. Hey, Curry. So. Geht das eigentlich? Können wir irgendwie was machen? Mal gucken. Hm. Okay, eindrucksvoll sieht das nicht aus. Alter. 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 Voller KI-Porno. Voller KI-Porno. Voller KI-Porno einfach. Ich komm nicht klar. Blub, 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 blub. Okay, Schluss jetzt, bevor Barbara gleich noch stößt. Okay, stimmt. Du, 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 du. So, was haben wir denn? Casino, oder was? Das war Casino. Casino, let's go. Ne, warte mal, was machen wir? Wir haben ja noch ein paar Ecken nicht entdecken können, ne? Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ui, ich geh ins Casino, tschüss. Blub, blub. Blub, blub. Huch, wo bin ich hier... Hä? Bin ich hier oben gelandet? Hä? Warte mal, wo seid ihr? Wo seid ihr hin? Warte mal. Hey, komm. Toyshop, ich bin beim Toyshop gelandet und hier ist noch... Warte mal, kann man hier hoch zur Bahn? Wo sind die? Welcher Bahn? Ich bin hier drüben. Hier ist ja eine Bahn, warte. Wo ist denn hier drüben? Hä, hier. Hä, ich bin hier oben jetzt. Hä, wie hier oben? Du bist natürlich hochgebrochen. Ja, hier auf der... Oh, Bahn. Oh, hi. Also links ist das Casino. Blub, 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 blub. Was kann man hier machen? Kommt hier wirklich die Bahn? Es gibt keinen Toyshop. Ja, da war ich gerade aus Versehen. Hä, was ist das da unten? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hä, hallo. Guten Tag. Hallo. Hä, wie geil. Wo ist der Tobi? Tobi hast du ein Bild von mir gefunden. Hier gibt es ein Canvas und da steht A Canvas that can display images from the Internet. Wie geil. Hä? Was? Sollen wir wieder Videos von uns gucken? Oh, können wir bitte mal ganz kurz ins Kino gehen? Na, Erik, nein. Okay. Oh. Nein, ich geh nicht mit. Ich geh nicht mit. Es ist sehr wichtig, dass Tobi auch mitkommt. Ich geh immer nicht mit. Ich weiß genau, was du warst. Wo war denn das nochmal? War das hier hin? Ich geh ins Casino. Tobi, komm mal mit. Komm mal mit, Tobi. Nee, Tobi, jetzt komm doch mal mit. Tobi, jetzt komm doch mal mit. Tobi, sei doch kein Spielverderber. Tobi, komm doch mal mit. Tobi, hey, Tobi. Blub, 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 blub. Tobi. Tobi, komm mal mit jetzt. Ich weiß halt schon, was kommt. Und ich hab's mir schon im Stream angeguckt. Ich kenn das schon. Tobi, ich hab zwei Sachen auf der Pfanne. Die eine Sache kennst du noch nicht. Die mach ich danach als Bonus Material. Tobi, ich... Tobi, ich... Ich... Leid übrigens noch als... Warte mal, ich bin noch gar nicht im Kino. Warte mal. In welchem Kino seid ihr denn? Ja, in dem einen. In dem einen? Wo es hier drüber steht. Ja, ich mein, in welchem Raum? Ja, hier im Vorraum. Wir auf dich warten, Curry. Hi. Hey, komm mal hier. Mein... Mein Kopf ist ein Zug. Hier Terra 2? Hier so? Ja, du bist bei mir aber noch Darth Vader. Nee, das stimmt nicht. Okay. Okay. Fetzt euch. Let's go. So. Okay. Ähm. Okay. Lass... Lass mal wieder ganz kurz gucken. So. Ich bin sofort fertig. Ja, ich bin voll ready. Ja. Ja, da sitzt, Alter. Ja, geil. Voll ready, Tobi. Komm, auf geht's. So. Mal gucken, ob das klappt. Ist jetzt ein technischer Versuch, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert. Hallo? Ähm. Was? Das hätt ich ja jetzt gar nicht erwartet. Bei mir ist noch nix. Was? Doch. Oh, bei mir ist... Bei mir ist Lade... Oh man. Also was spielst du heute noch, Tobi? Fragezeichen. Ah, jetzt da noch andere Teile kommen, die dann irgendwo... Guten Abend von Charlie. Irgendwie. Oder Nebenstorys. Irgendwann. Die das Ganze noch ein bisschen mehr verkomplizieren. Huch. Vielleicht spielen die, ja? Was spielen die, ja? Irgendwann. Toll, Tobias. Toll. Toll. Hauptsache, du lachst über deine eigene Witze. Ja, dann warst du... Tobi, was hast du denn da gesagt? Tobi, ich verstehe dich gar nicht, weil ich gerade zuhöre. Hast du da gerade gesagt, Tobi? Tobi, was sagst du da, Tobi? Was machst du da? Huch, Tobi? Ich mach Schwente! Ich mach Schwente! Ich mach Schwente! Kann wel echt keine? Kannst du nicht nach Schwente. Ich schweinze! Oder? Das wissen wir ja sonst 하� jeden Tag laut auf. Ah, das wäre Lieblingsliebmen Neues. Dass wir jeden Tag laut auftreten, beim Autofahren. Ja, wirklich. Also bitte. Tobi, sag mal was, was ist denn los, Tobi? Also, das versteh ich jetzt mal so gar nicht, was da grad passiert. Nein. Ich seh nix mehr. Oh, sorry. Ja, Tobi, hä? Anhalt! Ey, das war doch gar nicht im Text. Was soll denn das? Die Pahn hat nämlich noch nicht gesungen. Oh, nein! Dann machen wir alle ein Remake. Ah, schade. Kaufen Sie jetzt die einzigartige Maxi-Box im HB2 laut, ne? Ja. Aber der Beat geht halt echt ins Ohr, ne? Ja, Mann krass. Schwäne! 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 Das wird mein Video wieder demonetarisiert. Das wollen wir jetzt. Hä, wieso Schwäne? Was hat denn Jüdwil gegen Schwäne? Ne, in Korea hat Schwänze gesungen. Geht nicht. Was? Hä, das stimmt doch gar nicht. Ja, von Hunden und so. Ach so. Ja eben. Routen. Was? Was ist das denn jetzt? Was ist jetzt los? Pan! Hey, was ist das denn jetzt? Pan! Pan, das warst du, ne? Hey, was ist das denn jetzt? Nein, das... Nein, oh Gott, nein! Hey, was ist jetzt los? Ich weiß genau, was es ist. Es ist die Bestrafung! Es ist die Furchtbarste Bestrafung! Hä, was ist das? Hä, was ist das? Warte, 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 warte. Warte. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Was macht der? Warte, warte, warte. Nein, der furzt den an, oder? Schlimmer eigentlich. Eigentlich viel schlimmer. Hä? Hä? Warte, warte, warte. Nein, nicht ins Gesicht. Warte, warte, warte. Oh! Wir wollen das mit euch mal zusammen gucken, ey. Alter, was ist denn mit euch kaputt, Mann? Wie kommt das nur ein? Ich schwöre, dass es die beste japanische Show, die es gibt. Die beste. Es gibt keine beste Teil. Ja. Können wir bitte rausgehen? Können wir bitte gehen? Warte, warte, warte. Ein Liter hab ich noch. Ich hoffe, es gibt kein Copyright. Was ist das gewesen? Das weiße ist das I. Was war das? Das war Mehl. Das war nichts Schlimmes. Tobi, wenn dich das schon verstört, ne? Du wirst richtig ... Guck mal, der Erik ist einfach richtig getötet worden von diesem Programm. Laut seinem Skin, Alter. So, warte, warte, warte. Warte, ich hab aber noch ... Seid ihr schon weg? Nee, ne? Ich hab noch eins hab ich noch. So, warte. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich weiß noch nicht, da dürfen wir vielleicht nicht zu lange. Warte, Tobi, warte mal. Ich mach ein anderes. Boah. Hä? 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 Hä, was ist das denn? Hä? Ich liebe dich so sehr, doch das zu sagen fällt mir schwer. Ach du ... Äh ... Warte, warte. Warte, warte. Ich schreib ins Hang für dich, dein Lächeln ist einzig AT. Für dich, mein Schatz, gibt's keinen Ersatz. Und was es auch nichts Schönres gibt, sing ich noch mal dein liebstes Lied. Heide Boys? Ja. Oh, Tobi, du bleibes angst. Du bist sexy, bis heute Abend. Oh, Tobi, du bleibes angst. Ich will immer angst. Was ist denn Tobi? Das ist der Klebe, Alter, krass. Das Klebe? Was? 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 Nein. Das ist das Bürgerhaus geklebt. Tobi, was ist los? Hä? Wo ist der Körper? Hier. Das wäre ein cooler Sub-Sound eigentlich. Tobi! Oh nein, bitte nicht, Erik, bitte nicht. Oh nein, das ist ja eklig. Was denn, hä? Diese Füße. Mann. Das ist doch scheiße. Oh, warte, Entschuldigung. Sing ich doch mal dein nächstes Lied. Oh, Tobi, du bleibes angst. Was mach ich? Tobi, das ist für dich Tobi. Wir lieben dich Tobi. Tobi! 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 Der Einzige, der keinen Spaß hat, ich weiß nicht warum. Ey, Tobi! Tobi, was ist denn los? Mach doch mal jetzt mit der Party, Mann. Tobi, Tobi, oh! Ding, ding! Tobi, Tobi! Das bin ich jetzt. Boah! Tobi, was ist denn los? Ich versteh gar nicht, was er hat, ey. Ey, sag doch mal Tobi! Mach doch mal Tobi! Das ist ich mobbing! Das ist ich mobbing! Das ist ich mobbing! Also was ist denn so gut? Warte mal! Tobi, Alter! Das sind irgendwie sehr... Okay, sollen wir mal ein bisschen zugehen? Sollen wir da irgendwie noch ein bisschen... Was sollen wir machen? In den Hüften? Habt ihr nicht letztens ne Disco gefunden? Ja, Disco! Stimmt! Tobi, komm mal an, Tobi! Wir müssen Disco machen! Tobi! Bist du gebrochen oder alles? Du geile Sau! Tobi, Alter! Ach schön, Alter! Du bist wunderschön! Wunderschön, ey! Ich weiß! Ich weiß! Iiiih! Bäh! Ding, ding! Ding, ding! Häh? Frohe Weihnachten! Oh! Hä? Iiiih! Hey, wer ist das denn? Tobi? Hey, Tobi! Soll ich dir mal meinen Sack zeigen? Verstehe. Bitte nicht. Wer ist denn Dead Boy? Ach doch, das war der. Ach schön, Alter, Tobi! Geile Sau! Oh Gott! Schöner Besuch. Guck mal, da drüben sind noch Games, da waren wir auch nicht drin, ne? Hä? Nein, bei Games waren wir noch gar nicht drin. Ah, das sind aber die Minispiele tatsächlich. Achso, was macht ihr denn da? Steig auf, Tobi, komm. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Seht ihr noch ein Kino? Tobi? Ey? Leute? Guck dir mal die Arme an. Oh Gott, nein, ey. Okay, komm Tobi. Wer bist du denn? Lass mich nicht raus. So, dann wollen wir mal gucken hier. Coming soon. Hey, du geile Sau. So, wieder hier Quiz machen. Wo waren denn die, wo waren die die Disco? Die Disco war bei der Bodensee dahinter. Scheiße. Hey, Games waren wir wirklich noch nicht. Aber da kann man nur die... Genau, genau. Also da vorne ist das Casino, ne? Was ist das hier eigentlich? Da geht es nach oben. Oh. Ja, nice. Was geht? Geil, ey. Poseidon? Casino? Kann man hier mit einer Bahn fahren? Monorail? Ich glaube ja. Wo seid ihr denn jetzt hingegangen? Hier oben, den Fall nach oben. Hallo, Opa. Wo kommt die denn die Arschloch, Monorail? Aber guck mal, die kommt da vorne, kommt die her. Ich geh jetzt dahin. Wollen wir einfach mal da ran laufen? Okay, lass mal lang laufen. Mal gucken, was passiert. Nanana. Nanana. Wahrscheinlich kloppt die uns irgendwann runter und wir kommen nicht mehr zurück. Geile Sau. Hä? Wie groß ist die Map denn bitte? Hä? Hä? Okay, alles klar. Warum soll man denn hier hinlaufen? Alles klar. Hä? Ich glaube, das fährt einfach wieder. Oh, guck mal, da unten ist kleiner Tunnel. Hui. Hä? Hä? Ich dachte gerade. Oh, fein, weil jetzt hinter mir so beleuchtet ist. Hey, links ist ein kleiner Pier. Oh, voll schön. Ah, guck mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich konnte nicht sehen. Hä, wie du Blödmann. Ja, aber ich konnte nichts sehen, weil die ganze Zeit in der Kamera irgendwie... Du warst runtergesprungen, du alter Knochen. Hä, bist du verarscht? Ich lauf hier genauso wie du. Nein, du bist die ganze Zeit runtergesprungen, du alte Kacke. Hä? Ah, hier, guck mal da. Buh. Was ist da? Erzähl es mir. Wie ist die Monorail? Oh, Mann. Ach, das ist die. Wie komm ich jetzt da hoch? Ich bin drin. Hä? Was? Ich bin reingeglitscht. Wie komm ich denn da hoch? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, ich sollte hier nicht drin sein. Hilfe. Hilfe. Oh, ähm. Hi. Hi. Curry. Einfach wieder raus. Ich werd da jetzt auch umgehen. Jawohl. Ich werd das auch sehen. Nee, Pan, das ist für dich jetzt geschlossen. Nö. Gibt nicht mehr. Ja, warum fährt die denn nicht? Das ist voll scheiße. Fahr doch. Schäne. Ich hab mich hinten drauf gesetzt. Mal gucken, ob das geht. Schäne. Och, Mann, ey. Lass uns unser ganzes Geld einfach im Casino verspielen. Ah, hier ist die Luftballung. Tobi ist schon da. Ah. Ja. Hab schon gedreht. Fährt die los irgendwann mal? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder? Ich hab die noch nicht gesehen bisher. Das kommt wahrscheinlich erst noch später irgendwann. Oh, ich bin hier grad ausgesehen in einem Minigame drin. Hä? Oh cool. Hallo. Ja, hier. Ich musste hier Luftballons verschießen. Ach so, ja. Nee, das ist aber... Ah, du bist in die Arena gegangen, ne? Bitte? Du bist in die Arena gegangen, ne? Hi Tobi. Nee, nee. Ich bin hier vorne. Geht ihr ruhig auf eure blöde Polo-Rail? Hä? Hi Tobi. Guck mal, Erik, wer bin ich? Wow! Ich kann alles zu tun hier. Hey, du bist... Du bist ich? Ja. Du bist Thomas! Thomas! Hey, was machen wir hier? Oh, hallo. Hey, was muss ich machen? Ach so. So, ihr wollt Casino oder was? Trivia war man ja schon. Disco immer noch. Ah, du bist hier in die Mitte gegangen. Ach, hier mit dem Ballons schießen. Oh, Pan auf den zweiten. Aber The King cheated. Seh ich sofort. Ach so. Jetzt hat ich Loot geleckt. Hättest du mir nichts sagen sollen. Okay, ich muss glaube ich... Oh. Alle ruhig auf einmal. Spielen alle mit? Ja. Also die auf dem ersten cheatet 100 pro bei den wenigen Punkten, die es gibt. Du musst die von ganz weit weg abschießen, dann kriegst du mehr Punkte. Ja, aber trotzdem kriegst du keine 1000 dadurch, oder? Nee. Wir mussten eine haben. Wie viel hat der... Was? Aber der spielt schon die ganze Zeit, der war früher da. Ich kam ja erst dazu gerade. Uiuiuiuiui. So lange läuft das Ding ja gar nicht. Ich hab die zweiten gemacht, ich bin zufrieden, jetzt können wir gehen. Ich hab auch 1000 bekommen. Hm. Ja. Okay, also... Gehen wir hin? Casino? Weiß ich nicht. Wir wollen immer noch zur Disco. Können wir bitte zur Disco? Auf diesen Nightclub, ne? Das sieht so cool. Ja. Wo ist denn die Disco? Komm mal mit. Komm mal mit. Die Disco mussten wir noch hier hinten lang, oder? Hier bei der Bowlingbahn. Ich glaub mal Currystick im Arsch hinterher. Was soll das denn heißen? Komm mal, hier zum Riesenrad. Achso, das seid ihr. Trainer. Ich mach Trainer. Hä? Guck mal, hier stehen Namen von Leuten. Äh? Kickstarter? Wir stehen nicht dabei. Oh cool. Find ich aber auch scheiße dann, ne? Ne, seh ich auch nicht. Ja, ist schön. So, ab zu Disco, Disco. Wir wollen die Disco. Waffle Time. Oh hier, Josef Dunkel-Zurowski. Kennt man da einen? Der Josef. Josef Dunkel-Zurowski. Typing Derby. Ach, das war die Geschichte, okay. Ne, scheiße. Hallo, hallo. Typing Derby wär cool. Können wir gerne wieder machen. Nein, Erik. Trivia. Okay, ich komm sofort, ich komm sofort. Mod Indiana Chicken. War das nicht hier? Disco, hier, ja, hier. Achso, die Häuschen. Achso, ich dachte, das ist so ne richtige Disco. Wo waren das nochmal? Beim Bowling und dann hinten einfach durch. Ah, okay. Ja. Wir brauchen Musik. Wahnsinn, ne? Ja, nö, ja. Aber was gibt's denn noch? Ich hab's hier nochmal geschafft. Wir müssen weiter gucken, wir müssen alles erkunden. Hier gibt's noch einen Whirlpool. Lasertag war auch so geil, boah. Ja, das stimmt. Bowling war auch so geil, boah. Ja, Bowling war echt entspannend. Das war echt cool. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich komm, ich komm noch. Hä? Wolltest du das so scheiße aus? Ey, Pah, das geht. Das geht. Das geht. Ich will mein Leben. Genieße es. Ich kann mich auch hinsetzen. Wie geht das? E. Mit Emote, ne? Achso, ich hab einfach nur E gehört. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo dann der alte, der alte ranzige Mann kommt. Oh Gott. Ihh, Alter. Das sagt's ja auch RL immer. Hast du die Basalt bei Pain? Ich pass gar nicht mehr rein, weil da echt die fette Elefantenwarte ist. Hä, das sieht echt aus wie so ein Pain-Werk von Erik, Alter. Hä? Das ist dein Ziel, Mann. Okay, während die Jugend da hinten im Whirlpool ist, da muss natürlich einer hier wieder… Wir können Mini-Golf machen. Disco, wir machen Disco. Sollen wir zu den Mini-Games Mini-Golf machen? Warum gibt's denn hier keine Musik? Achso. Ja. Du, 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 du. Hä? Was ist denn hier los? Werden wir etwa gestalkt? Wo seid ihr denn? Also ich geh grad wieder zurück und guck nochmal. Hä, wie zurück? Wohin? Wohin denn? Da bin ich ja alleine. Ach, ich bin grad auf'n Weg zum Riesenrat. Brum, 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 brum. Hier haben wir ja alles. Ich will nicht gestalkt werden, ich will nicht gestalkt werden. Das war echt nett, aber… Wollt ihr, also wollt ihr in der nächsten Folge einen Casino oder was? Wir können doch auch jetzt noch ein bisschen ins Casino, oder? Ich mein, die Folge geht ja schon wieder ein bisschen, ne? Ja, ist doch egal, aber für ein Casino-Ründchen, der Truben wollte ja auch mal den. Achso, ihr wollt ins Casino, ja, dann kommen wir ins Casino, ich geh schon mal rein. Ja, endlich. So, endlich. Äh, das ist ein Emoot. Typing Derby. Nein, das möchte ich nicht. Was haben wir denn? So, Casino war hier hinten. So, ich guck mal kurz nach einem passenden Skin. Casino. Ich hab einen Superskin oder so. Hast du? Curry, ey, Curry. Curry, du hast den besten Casino-Skin, den man haben kann. Ja, das seht ihr. Hallo. Wir haben Geld mitgebracht. So. Ich geh mal hin jetzt. Erst mal drehen, erst mal drehen, ey. Wo bist du? Ah ja, Spin and Win, alles klar, let's go. Komm schon. Hey, warte mal, seid ihr schon drin? Ja, was geiles, ja. Wie die überhaupt gar nicht auf mich warten, ey. Hey, du warst doch schon vor uns. Auf mich auch nicht. Hey, du warst vor uns. Okay. Hey, wie das gerade gebackt ist? Nein. Ja, bei mir auch. Und ich... Jetzt krieg ich eine Kartoffel. Du auch, Curry, ne? Ich drehe nochmal, ich drehe nochmal. Ja, ich hab auch einen Potato gewonnen. Drehe nochmal jetzt. Jetzt reißt es mir, ja. Du hast aber auch fett gebackt gerade. Ja, das hat mega gebackt. Schon wieder? Was soll die Scheiße? Seid ihr wieder an den Rädern oder was? Ja. Ja, bei mir auch da. Ob das fake ist? Aber ich krieg einen Kaktus. Hey, das ist doch kacke. Ich drehe mal hier jetzt. Du hast auch einen Kaktus? Hä? Voll random. Mega random, dass du immer das gleiche kriegst. Leute, ich bin da, Freunde. Da ist er, Tony. Oh, die paaren auch. Komm schon, bitte nicht buggen. Bitte nicht. Ich hab ne Hula-Doll. Hab ich auch bekommen. Curry. Oh, jetzt hab ich auch Hula-Doll. Hä? Hä, Alter, das ist doch scheiße. Also richtig random ist es nicht. Tobi, bist du das? Ich bin JC Cent, Tobi. Kennst du mich? Deus Ex. Du, bei mir bist du Lara Croft? Ich sag's noch. Achso, okay. Ja, bei mir auch. Wow, ne Potato, cool, Alter. Mann, Tobi. Hä? Ach ja. Ich hab einen Kaktus gewonnen. Ja, toll, Tobi. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt können wir ja ein bisschen... Ja, ein bisschen Kohle haben wir jetzt. Ey, dieses Rumbacken, das gibt mir schon auf den Sack. Ja, natürlich. Schon wieder eine Kartoffel, weißt du was? Scheiß drauf. Wie bugt das denn? Nee, dann mach ich Double or Nothing oder so. Oder was gibt's denn noch? Ja, genau. Absolut. Wer spielt denn hier? Wer ist denn das? Hey, Erik. Ich luch dir mal über die Schulter. Ich muss echt ein Meme nehmen, ich kann da nix für. Hä, was spielt denn da? Ah, scheiß, ich bin Kaktus, ey. Hey, die Sorge, ich pass auf dich auf, Jugend. Sag mal, nick ich gerade, wenn ich so mache? Ja, ja, das machst du sehr gut. Ja. Hä? Hä? Hä, was ist das denn? Paal, was hast du für'n Skin? Warte. Oh, wir müssen Double or Nothing machen, Alter. Hä? 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 Äh, was denn? Hä, Hä, hüch, Hä? Hä? E, was denn? Was? Hä, Schiall! Und ich sitze gerade bei einem Tobi? Nee, ich sitze gerade am Automaten. Ich bin sehr engagiert auf. Hä, wo bist denn du? Die sind hinter dir. warte ich bin der automat ist unser game man ja ich gewonnen was was krieg ich action natürlich heele hilf mir mal nix weil ich schon voll heal war guck mal der typ in der mitte kari ja das bin ich mit 200 noch was 320 jungen zahl aus jungen zahl aus warte doch mal kurz das ist doch nix wir sind doch jetzt richtige zocker alter wir haben das kann du musst auf sich als kohle ist aber richtig kohle ok war schon wieder hier was für eine scheiße wir sind da sitzen zu dritt alter pano sieht aber richtig verbraucht auf holen ist doch der richtige hey was soll die scheiße hier kann ich zahl aus mann was ich war wissen wie viel das ist zahl aus mann noch einmal so ich konnte noch einmal ich glaube ich gewinne die ganze zeit ich bin mir nicht sicher was haben wir denn zum verlieren es ist doch scheißegal ich drehe durch ja dreimal herz da kommst du davon hast du ausgezahlt ne ja da nicht oh nein oh gott ist das so traurig hey guck mal wie viel geld wir gewonnen haben wir sind so geil wir haben das casino gar nicht mehr nötig hey wie die partei jetzt an meinen automaten gehen ach lächerlich ich hab grad fett drei herzen gehabt voll geil hier kann ich kann aber das ist doch ein cheater der guckt in den automaten rein ja dann tue ich ja ich hab gar nichts gemacht was äh wieviel krieg ich denn jetzt gerade ist das mit den arsch egal nix du kriegst nix hä warte mal hä von der geldregen was passiert hier gerade geil ja curry gg alter hast du gar nichts gemacht jetzt mach ich mal langsam hier können wir jetzt poker spielen behaupte einfach du hast alles geschafft so jetzt aber hä was krieg ich was passiert jetzt schon wieder ok ich greif den drachen an der hat bei mir noch 100 hp das wird dauern oh gott man muss den von 100 hp auf jeden runterkriegen alter wat dann suche ich mal einen automaten wo der schon runtergekillt ist oder das dauert das doch ewigkeiten warte mal hey was denn Tobi schon gewonnen was denn gewonnen ne ich war nichts gewonnen jungen wie alle zocken so erstmal loop test kaufen oh gott ich hab vergessen dass sie ein display aufnehmen ey scheiße naja das ist ja eher so relativ oh noch ein buch bitte wir sind schon über die zeit ja ist ja eigentlich schon zu ende so defend ok stop mir war echt zu lange den zu besiegen ich glaub man kann halt auch mega lack haben irgendwie so 95 100 hp komm schon ok er war werde ich doch denn da eliminated kom Typ die schlange jahre jawoll DING niepokern ahja trip ach cool was heißt denn trip texas holden gibt ja auch noch oh leck mich doch Warsaw das ist nicht so ganz ruhig gibt es doch nicht ich weiß nicht mehr wie das geht ja ich bin mit das ist bestimmt total ich bin hier hat ich bin ja bei blackjack ich bin doch ich habe schon gewonnen ich habe was denn jetzt muss ich wieder passiert ich habe keine ahnung was passiert man ich kann mich mit poker auch überhaupt nicht aus überhaupt nicht ich weiß es nicht mehr ich habe gedacht da kommt wieder aber ich weiß es nicht wenn ich sehe dann kann ich dann alles wieder aber nein es ist komplett weg hey Tobi echt nice weil wir alle gefoldet haben man beste pokerspieler komm rein erik kommt es ist nur eine runde auf geht's ich weiß gar nicht was geht er kann nur unsere karten gucken wie Sau du bist bei mir einfach nichts als würdest du noch laden ich bin für dich also nichts ok nein erik so war das nicht gemein nice ok ich was die musik ich weiß gar nicht was ich mache ich weiß gar nicht was ich mache die karte ich muss das nochmal die karte ohja was was das die karte Nur leere. Erik, komm, du weißt es doch. Ja, los geht's! Asja. Wow, wow, wow! Kann man sich nicht andere Karten geben lassen? Nee, ne? Nee, nee, das ist... Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Los, ich will sich! Scheiße, ich weiß gar nicht. Hast du ne Fünf? Hast du ne Fünf? Ist auch schon gut, okay. Oh, Tobi hat geklopft. Oh, und jetzt? Ja. Oh, Erik, was? Nee. Dass da keine Karten sind, Alter, nice. Man weiß es nicht genau, Curry, man weiß es nicht genau. Also, Curry, du hast Ahnung, erklär mal. Vielleicht blöff ich ja. Hast du gerade gesagt, du weißt nicht, was du tust? Also, Straße ist möglich, ne? Stimmt, Full House. Ah, das war das Full House. Straße, zwei Paar, hm? Zehn, oh ja. Ich hab total gute Karten, das ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was ich... Ich hab keine Ahnung. Mhm, 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 mhm. Uhui. Das kann man, ne? Da muss man, ne? Na? Oh! Wie hat auch keiner seine Karten aus der Hand klickt, weißt du? Das ist natürlich völlig interessant jetzt. Das ist jetzt natürlich... Kann ich jemand anknicken? Also, da kann man natürlich schon mal sagen... Mhm. Ja, auch nette Katze, also... Also, theoretisch... Müsste das eigentlich... Oh, Pan hat, äh, aufgegeben. Oh. Hab ich aufgegeben? Ja, wuuu! Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab doch gesagt, er guckt in die Karten, die Drecksau. Ja, natürlich! Schwein. Ach, guck mal, hier steht doch die Erklärung. Ah! Oh, der ist natürlich schön. Ich hatte, ich hatte Dreier halt, ne? Ich hatte ein paar. Ja, du ein Dreier hattest, das weiß ich, Erik. Ja, natürlich, Karin. Du warst ja dabei. Warte mal, was? Warte mal, was? Warte mal, was? Warte mal, was? Am Tisch, am Tisch, was? Können wir mit dir mitgehen? Hallo? Ja. Wir wurden beobachtet. Von How to up, oder was? Hä? Von diesem Affen. Hä? Was soll die Scheiße? Was soll... Ey! Was soll dat? Geh weg! Ich geh mal am Rad drehen. Tschüss. Warte mal hier, ey. Ja, warte, 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 Tobi. Dreh mal am Rad. Ja, ey, ey. Tobi dreht richtig am Rad. Ja, warte, einmal Pimmel rein. Was? Das war der Glückspenis, es gibt jetzt 10.000 drauf. Gehen die wieder an die Räder, ey. Glücksschwäne. Ja, stell mal vor, Tobi. Guck mal, wie das immer packt! Oh! Oh! Fünf Cat-Sacks! Oh, der Abschluss ist ein Abzing! Absolut! Das wundert mich aber! Es wundert mich aber! Oh, hä? Ich hab ne Hula-Doll! Ich bin fest! Warte mal, ich will, komm, komm, bitte! 10.000 Units, komm schon! Komm schon! Casino! Bitte! Komm, Alter! Hula-Doll! Oh, geil, Kartoffel! Direkt daran springt du gleichzeitig eh durch! Warte, 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 warte! So, ich hab ein bisschen reiben, reiben, reiben! Ja! Piggy-Bank! Yeah, Piggy-Bank! Äh, Leute! Ich... Man kann ein Pet gewinnen? Ein random Pet? Ja! Das will ich ja! Oh nein, Curry! Curry! Geil, Curry! Verwandle dich in den kleineren Skin! Hä, das ist doch Verarsche! Da kannst du mir doch nicht erzählen! Ich hab nen Kaktus gewonnen! Wahnsinn! Leute, jetzt geht's bergauf! Ach, ernsthaft! Ich gewinn am meisten nichts! Ich gewinn immer an UFO-Catcher! Ja, aber nicht hier drin! Hier gibt's nicht mal 10.000 Units doch da! Hauptsache, man kriegt halt kein Gold, weißt du! Deswegen hängt das immer! Komm schon! Ich will nen Scheiß-Pet haben! Schon wieder nichts! Du sollst verarschen! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Hä, ist das vielleicht irgendwie echt getürkt? Ach komm, leck mich! Das ist 100 pro getürkt! So'n Scheiß! Darf man das noch sagen? Darf man das noch sagen? Aber warte mal, letztens war das doch gar nicht so, oder? Doch, letztes Mal hab ich auch schon nichts gewonnen! Jetzt gewinn ich doch mal diese verkackte Hula-Doll! Leck mich am Arsch! Ah, die können wir schon... Ah! Nein! Oh Scheiße, Entschuldigung! Was hast du denn? Ich dachte, ich hätte das im Endeffekt... Scheiße! Genau, einmal und dann ist es aber echt gut jetzt! Also, ich mach nur noch mal hier hinten! Man kann halt nicht mehr Gleitseidig drehen! Ja, hab ich auch gar probiert! Und schon wieder nichts! Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Das ist so berumst! Hä, das ist voll farf an die paar Arsche! Oh, ein Scheiß ist das! Ein Scheiß! Okay, wo ist der Geschäftsführer? Ich möchte mich hier echt mal beschweren! Hallo? In Frust geh ich nochmal Glücksspiel! Hallo? Scheiß Kaktus! Ein Scheiß Kaktus hab ich gewonnen! Ah, hier! Nichts wieder! Nichts! Kann doch nicht sein! Alles getötet! Ey, noch ein Kaktus, Alter! Wahnsinn! Ich hab Bock drauf! Mach jetzt auch mit hier! Geil! Eine Kirsche! Nice! Krieg ich mein Einsatz wieder raus! Hier, ein schöner Fruchtkompott! Geil! Nichts gewonnen wieder! Arschloch! Spiel! Keine Ahnung, was passiert ist! So, hier! Keine Ahnung! Double or nothing! Kann nicht sein! Double or nothing! So, hier! Ah, guck mal Curry! Was macht der Curry da wieder? Ne, hast du das gesehen? Weil hier kam gerade Geld raus, ne? Ja, ich hab drei Bars! Dreimal Bar?! Ja! Was?! Was?! Wo, wo bist du? Hast du diesen Fünfer Einsatz gemacht? Natürlich! Ich fand die Auszahlung, ich fand die Auszahlung, die war echt low, ne? Ja, 450 waren das nur! Ach, drei Diamanten sind der Jackpot! Alles klar! Hä? Bin ich blind? Ach, hier! Oh Gott! Easy going! Wohnt sich auch gar nicht! Hier kommen nur 3500 raus, maximal! Zwei Kirschen muss was wert sein, Freunde! Juhu! Juhu! Boah, 3200, was?! Was?! Ich muss da hin! Der lügt doch! Lügt der auch! Hat er nicht! Ah, scheiße! Curry, was ist da los? Ja! Drei Orangen! Woo! Nice! Wollen wir einen Obstsalat machen, Erik? Ja, geil! Richtig schön, Vitamin-Boost! Ach komm, schon wieder keine Diamanten! Leck mich doch! Press the key on the left! Was? Okay! Ich press gleich mal meinen key on the left, Mann! Ich will drei Diamanten jetzt! So! Nice, nice! Ist das so eine Bot-Prüfung, dass das hier keine Bot-Prüfung ist? An den Automaten? Kann das sein? Was denn? Mit diesem, äh, Are you still there? Ach so! Wieder keine Diamanten! Okay, man bekommt immer nur Hula-Doll und Kartoffeln! Ja, ja, genau! Oh, geil! Dreimal Weintrauben! Nice, Erik! Das wird immer fruchtiger hier! Ich mach bald Kompott! Ich hab zwei Diamanten gehabt! Zwei Diamanten! Ah, geil! Komm schon, ich will jetzt alles gewinnen, bitte! Weißt du, was ist die Scheiße? Ach, dreimal Bar ist ja schon losig gerade! Hä? Ja, ja! Ach ne, jetzt reicht's! Ach, schade! Hab keinen Bock mehr! Leute, ich möchte mich bitte amüsieren jetzt! Ja, ich geh jetzt auch hier raus! Komm, los geht's! Guck mal in den Spiegel! Amüsiert euch nicht! Ähm! Natürlich bin ich immer noch hier! Warte, ich bin auch noch mal! Ich bin am zocken! Zocken! Hallo! Jackpot, bitte! Nein! Mach jetzt! Schon wieder zwei Diamanten! Ich raste aus! Oh, zwei Diamanten! Ein Diamant, hey! Komm schon! Ach, Mann! Hey! Ein Diamant, alles klar! Bis der Schwengel glüht, wird dir gedrückt! Wir sind echt Verlierer! Los geht's! Nein, wir sind keine Verlierer! Wir sind echt Verlierer! Wir haben Tower Unite durchgespielt! Dreimal Bar! Dreimal Bar! Nein, auch nicht wirklich, ne? Dreimal Bar! Ja, dann soll man mal langsam mal weitergehen! Dann hör auf! Ich muss zocken! Jedes Wochenende so! Jedes Wochenende! Doch, dass ich hier einen so Curry spielt, Tower Unite! Curry spielt, Tower Unite! Ach, schon mal eine Orange, ey! Das gibt's doch nicht! Oh, Erik! Zwei Diamanten, hey! Zwei Diamanten, hey! Hey! Ich will den Jackpot haben, Mann! Irgendwie will ich hier hocken! Jetzt hat's zu viel! Wie die Suchtis einfach so, weißt du so! Irgendwie müssen wir ja unsere Jungs-Weine-Hand verdoppeln! Ja! Ach, komm! Ach, Mann! Geben wir doch einen Diamanten, bitte! Wir müssen jetzt aufhören! Nein, ich muss jetzt! Aufhören jetzt! Ich muss gewinnen, mein Kind braucht es! Mann! Ich hab die Frau schon verkauft an den Automaten, wa? Ein, ja! Komm schon! Ein Diamant! Zwei Diamanten! Oh mein Gott! Ey, das gibt's nicht, ne? Fucking Millionen! Oh, drei Diamanten wären schön! Nein, ein Diamanten! Ohhhh! Das ist so, es ist nicht zu tun! Und schon, das gibt's doch nicht! Paar! Oh, bitte! Nein, es geht nicht! Ja, mach doch mal jetzt! Die Sucht! Paar beende deine Folge! Gleich schaffe ich's! Was wir machen! Unsere Folge gehen noch 18 Stunden! Diese alten Säcke hier! 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 Wir müssen diese drei Diamanten schaffen! Ey, das gibt's doch nicht! Guck mal, wie sie da sitzen! Guck mal, wie sie da sitzen! Ey, guckt ihr euch an! Das gibt's doch nicht! Guck mal, der Erik, wie der einfach schon wieder da reinguckt! Guck mal, der Erik, wie der einfach schon wieder da reinguckt! Alter, das kann doch nicht sein! Ja, drei Orangen wieder! Ja, geil! Wuuuuh! Ich werd reich! Och, Mann! Ich wünsch mal 40.000 Units! Ich... Ich krieg hier langsam mehr Units! Über 40.000! Erik, bitte! Ja, geil! Bitte! Gebt mir das colourscos Mendel! Das müssen wir sicherheit, für die Kids! Diamanten bitte! So! Drei... Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüd! Äh?! Sehr viel geiler, wenn man hier Autoroll machen könnte! Dann müssen wir nicht mal diesen scheisse Hebel ziehen! ÄhhOh! Häô! Ja, das stimmt, du hast recht! Ich bin... ich bin auf einmal in der U-Bahn! Ich wurde zurückgeportet! Hä?! Ja du... du wolltest nicht mehr spielen, deswegen wurdest tatsächlich rausgekriegt aus dem... Wahrscheinlich keine... keine Kohle mehr gehabt, wa? ja eben ja ich schwöre ich hab noch ein paar ein paar so ziemlich anlügen ich komme jetzt hier schön sie mehr läuft dann läuft nicht mehr so ein hier tschuldigung man hat die schnauze voll mal da curry war das für mich hier das muss es jetzt sein es klappt überhaupt nichts hey geil drei weintrauben jetzt bin ich bei 41.500 also steigt langsam Tobi was da los so viel zorn in seiner stimme dreimal diamant muss doch möglich sein komm leute kommen wir müssen hier raus leute wir müssen hier raus ihr müsst ihr müsst loslassen ja aber ich hatte gerade zwei kirschen hätte nur noch eine gefehlt wir müssen jetzt hier raus los geht schon los was los was denn ich ja ach du bist immer noch drin was machen wir nur wie kriegen wir die daraus ja gewonnen ich hab ja ich hatte auch geschafft ja ich will ja ich stelle mich jetzt auf den brunnen ok da wird bestimmt nichts passieren ich will mini golf spielen mini golf ja gewinnt schon wieder hä wieso gewinnt der mit 24 ich weiß noch nicht gemacht haben das bist du überhaupt lustig warum willst du das denn immer spielen ey ja ich weiß schon mein gott ey es tut mir leid ich flieg jetzt weg leute ich farsche abschied wie kann ich denn hier chat öffnen eigentlich so das war eine sehr äh songbirds was das hier kann man instrumente kaufen ich earned nothing wo seid ihr ich bin hier draußen hier vorne hab ich meine freunde verkauft ja hast du du hast die ganze zeit nur gespielt wir sind weg tobi du hast uns verkauft wo seid ihr denn ich bin hier ich bin grad bei somsberg hey tobi wer bin ich bei dir ich verkauf jetzt mal meine sachen äh du bist äh der doc ok gut ja eh ok wo ist mein warte mal ein das verkauf ich ja noch oh man ey ich hab auch gar nicht mit der Rüden nicht mit der Rüden ich hab auch genenkt ich bin ein ich bin ein ich hab auch gut ja ich bin ein 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 Ich muss langsam ins Bett. Es ist echt spät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hey. Okay, tschüss. Tschüss. Ich geh nochmal ins Casino jetzt, tschau. Hey Tobi, komm mal raus jetzt da, das ist scheiße. Okay. Okay.